Hallo, ich bin die Marianne, ich bin 31 Jahre alt, habe einen zwölfjährigen Sohn, den Tobias. Ja, meine Hobbys, ich reise für mein Leben gern, arbeite auch in der Reisebranche. Wenn ich Freizeit habe, dann arbeite ich gerne im Garten, baue mein eigenes Gemüse an. Und ein großes, großes Hobby von mir ist natürlich auch das Lesen und das Schreiben. Und aus diesem Grund arbeite ich gemeinsam mit Ines an dem Projekt und ich lebe noch.